so haben wir schon mal butter weg weg weil damit kann ich innernix anfangen so haben wir schon mal 4700 9000 brauchen wir müssen dann noch enzyme kaufen für käse ich weiß ich habe so ein käse butter problem hier im spiel ist eigentlich nicht zum heulen aber irgendwie ist das doch lustig glaube ich ich kann nichts dafür kommt beides von der kuh hier oder wird aus der kuh wo er geht das schon wieder los ich muss noch eine kuh kaufen hey hat gerade meinen mausch gehakt zwei kühe ich habe gerade ich könnte jetzt schon die käserei kaufen hier hinterher schön upgraden aber nein wir brauchen eine zweite kuh weil eine kuh zu blödes zum scheiß so 5000 reicht wir brauchen enzyme weil die sind teuer mehr die 5000 reichen nicht aber egal hat die sich zeit lassen die tür feuerlich ist das echt nicht was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen hier so manchmal geht irgendwie ja mit der kelch vorbei hier so wie viel habe ich jetzt noch 11 11 wir brauchen aber war aber 20 wir brauchen ja nur noch 5 warte mal wir haben einen käse 11 haben wir hier noch das heißt das waren insgesamt dann nur 12 na das heißt wir brauchen noch 8 wir müssen jetzt aber auch nicht sein dürfen war wir Uiuiuiuiui Uah Meine Merch Boah Ich mach mal auch mal so zwei Zack Boah, habt ihr das gesehen? Die Drecksviecher Ist das denn die Möglichkeit? Hey, da ist doch ein Schmetterling Den will ich haben Ich habe er nicht bekommen So, ich will Dich freischalten, äh, höher Schrauben hier Dich freischalten, höher schrauben Und dann Bringen wir gleich nochmal ne Fuhre weg Ich hoffe, ich habe hier richtig gerechnet Na ja, 17.000 Und dann kann man auch hier ein bisschen abmelden Cool, ich habe es gesehen, dass du da Milch gelassen hast So, die stocken wir auch mal auf hier So, Lager aufstocken Ja, ist doch verdammt normal So ein scheiß Schmetterling Ist das irgendwo eine Eule? Ja Ist Hier liegt jetzt aber nichts rum Doch Okay, wir haben noch die Fast die Hälfte an Zeit Ah Das ist in Ordnung Aber vielleicht mit dem Käse könnten wir Probleme bekommen Schauen wir mal Zehn von 20 Neun haben wir Einer ist gerade dran Perfekt Ne, verlassen wir mal Reicht, äh Wäre schön, wenn wir jetzt hier auch Gold machen würden Ne, Kuh Kühe Entschuldigung Ist ja nicht alleine Sechs davon noch Und zwei Ja, ja Doch, das sollten wir schaffen in der Zeit Wenn ich nicht irgendwie so ein bisschen trottelig mich dann anstelle Wer es hier schon mal gerne mache Dann schaffen wir das Hey Ich will Ja, geht doch Ach, vier Käse Da kann ich mich sogar einmal trottelig anstellen Aber nur einmal Ja, ich rüsste jetzt auch nichts mehr auf oder so Ja Das reicht auch von den Enzymen her Perfekt Kann ich noch gar nicht nachmachen Ja Sogar weit unter der Zeit, liebe Leute Ja So muss das sein Wir machen auch direkt weiter Ohne Wenn und Aber Mit Level 9 Bunte Kleider Oh, Schafe brauchen wir Farbiges Tuch und Milch Direkt mal hier Vier Schweine auf der Kaufen Was will ich damit? Ne, Schweinchen Dann legt mal Euer Fleisch hier hin So, das sind jetzt schon mal 3000, die wir bekommen, ne? Oder waren es vier Schweine? Waren vier Schweine Das ist Wow Perfekt Okay, komm her Nein, 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 Junge Nicht mit mir So 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 Dich rüsten wir mal auf Das ist wichtig Und dann kann man gleich auch schon mal eine Fuhre wegbringen Finde ich Und dann kaufen wir als erstes nur Kuh Weil die wird uns sowieso zu schaffen machen So langarschig wie die sind und die Schweine behalten wir dann noch erst einmal Weil wir kriegen darüber Geld Wann schafft kann man uns sowieso noch nicht leisten So Weg Weg Sind wir mal in 2200 Die wir bekommen Hey, 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 hey Wir haben aber nicht gewettet So Das ist jetzt mal locker hier eine Kuh Die kann uns dann schon mal Milch geben Wenn sie dann so freundlich ist Ja, aber bis jetzt liegt nix hier So Verkaufen, verkaufen 3000 Das heißt uns Boah Die kommen aber auch immer exakt dann Wenn man gerade das Fahrzeug losgeschickt hat Verkaufen Das ist echt unglaublich Oh, schade Mach mal so 1700 Dann kann man zumindest Woll Doch Soll ich mal machen Sahne, oder Ich weiß, wir brauchen das nicht, aber Ich bin mir nicht so sicher gerade Da können wir eigentlich auch sein lassen Klar, es gibt Klar, es gibt Sahne mehr Es gibt 1500 Aber das Problem ist Das Geld fehlt uns hinterher schlicht und ergreifend Das sind jetzt schon 3700 Das ist ein Schaf Perfekt Besser geht's Besser geht's Da kann man nämlich gleich dann im Anschluss die Schweine verkaufen Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr Die Kuh hat noch 8 Minuten Zeit Vernünftig Ihre Sachen hier zu erledigen So Verkaufen Verkaufen Ich weiß, die drei Bären kriegen wir jetzt erstmal nicht los Aber ist egal Kann man doch das restliche hier verbraten Das gibt auch nochmal Geld So Dann können wir dich nochmal wegschicken Ach schade, geht nicht Egal 3900 Oder 3090 Keine Ahnung Ich hab zu schnell weggeklickt Gut, das haben wir jetzt auch alles abgearbeitet hier Perfekt Dann können wir hier nochmal 7700 Dann können wir das hier schon mal freischalten Ich hab dann schon mal mehr Geld Perfekt Perfekt Das machen wir jetzt schon mal 12.000 nochmal 15.000 Ah, 6 Minuten noch So viel ist das nicht mehr Wir hatten mal mehr 6500 Ja, das ist ja schon mal das Weil wir dann Tücher machen können Und Tücher Da kriegen wir dann schon mal wieder mehr Geld Das ist gut Ah Hey, was ist jetzt schon hier wieder verbrannt Weißt du Hier lag doch nix So, perfekt Machen wir schon mal Tücher So weit sind wir schon mal 6 Minuten fast Ich glaub das geht voll in Ordnung So, dann kommen wir ja schon mal Das sind 10.000 Ich hab Ne Müssen wir so machen Müssen wir gleich nochmal losschicken Müssen wir mal